Alter, der Baum. Alter, das ist geil. Guck mal, hier stehen sogar, ach das siehst du ja gar nicht, hier stehen sogar die Wagen von dem Coaster. Wie wir schaukeln, jetzt nicht mehr. Ja, siehst du die Berge da hinten? Ja. Ich nicht. Ich habe einen Nordblick. Wie komisch diese Stützen teilweise aussehen, weil auf dem Schiff nicht mehr Platz ist. Noch ein Starflyer. Alter, wie hoch schon die Schiffschaukel da schaukelt. Ach so, das ist das Problem. Jetzt verstehe ich. Das einzige, was ich hier Spannendes sehe, ist diese eine Achterbahn da hinten, den Condor und die Wasserbahn. Und die Geisterstadt sehe ich fahren. Ne, wer ist das? Schlange. Geht los. Jetzt nochmal mit Turbo. Oh, ich glaube nicht. Ohohohoho. Ohohohoho. Ohohoho. Oh Gott, beste Propeller einfach. Ja, die sind schön anliegend. Ja, die sind schön anliegend.